Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Together Aeon. Jo, hi, wir sind der Dü, der Black. Und, na ja, Dü wollte eigentlich weg, aber ich habe mich halt überreden lassen, ihn doch noch da zu lassen. Ich kann ihn ja nicht einfach ohne mich durch die Wälder von Aeon ziehen lassen. Na, kannst du schon, du hast nur Angst, dass ich besser werde als du. Okay, so, wir haben in Rishander, haben wir neue Schwingen? Wollen wir das machen? Ja, wir werden das machen. Wir müssen einmal mit Talos reden. Haben wir eigentlich irgendwas frei an Rückkehr? Nein, wir haben gar nichts frei an Rückkehr. Das heißt, wir werden mit dem Flugtransporter. Mit dem Flugtransporter. Fliegen wir einfach zurück. Und zwar, wir sollten uns mal ein paar Rollen kaufen. Na ja, also erstmal zur Goldregion, he? Ich gehe gerne. Ist ja auch so viel Ausführer gewesen. Ja, du solltest mal ein paar Rollen kaufen. Genau. Wie gesagt, ich mache das ja so, dass ich von Duis Geld lebe. Und wenn ihr irgendwas braucht, könnt ihr ihn auch einfach anschreiben. Er verschenkt auch China. Also so ist es nicht. Ja, natürlich mache ich. Auf jeden Fall. Also einfach hier Dylan, beziehungsweise Dülani anschreiben. Da gibt er euch schön was. Oder zur Freundschaft einladen. Ja, genau. Ja, richtig, mache ich. Okay, gut. Dann einmal wieder zurück. Nach Eltenen. Achso, wieder zurück. Da, wo wir herkommen gerade. Flugtransporter auf nach Eltenen. Aha. Zum Eltenen. Gute Reise. Zum Eltenen, genau. In der Aracus-Wüste. Ach nee, Aracus war das ja. Aber schön wie die Kanonen dann nach vorne zeigt dir. Hihi. Sollte sagen als, ja, als Luftdivision. Hihi. Wir haben das nächste entdeckt. Wo denn das Ruberin-Uötland zum Beispiel? Ja, das ist wohl wahr. Ja, denn in Manduriewald, da war man nämlich schon. Kann mich ganz genau daran erinnern. So, wir sind jetzt wieder in der Festung von Eltenen. Äh, Eltenen. Sorry. Du bist da. Ich bin noch nicht da. Jetzt bin ich da. Bin ich da? Bin ich da? Ja, ich bin da. So, einmal mit dem Teleporter nach Sanctum. Ach, du wirst... Einen Quatsch, plötzlich. Wir müssen nicht nach Sanctum. Das war jetzt blöd für mich. Also, wir müssen einmal fliegen. Und einmal hier runter zum Abyss-Tor. Wir müssen ja in den Abyss. Wie viele Abyss-Punkte haben wir denn eigentlich schon? Null. 5453 Abyss-Punkte haben wir schon. Wo sehe ich denn das? Wo war denn das gleich? 100p. Und ein Profil. Reiter Abyss. P. Ja, ja, da müssen wir dann erstmal hin gehen. Ich habe bestimmt mindestens fünf Punkte. Vielleicht auch vier. Bin mir nicht ganz sicher. Bis... Ich habe... 5300. Ich bin nicht gut. Teleporter-Tellos. Wisst ihr, was ich will? Ich will mich teleportieren. So welche Scherber willst du hin? Du musst halt mal mit Tellos reden. Hm? Er hat nichts zum Reden für mich. Ach, das ist ja wieder der Level-Unterschied. Jo. Kann ja auch nichts dafür, was du... Wenn du alles annimmst. Okay, gut. Ich habe ein kleines Video gehabt. Ähm, dann werden wir das umplanen. Dann werden wir jetzt einmal kurz nach Hyron machen. Damit du... Wo auch auf den Level abkommst. Wie viel Prozent fehlen dir denn jetzt noch? Äh, 1, 2, 3, 4, 25. Der Unterschied da ist... Okay. Okay. So. Hier rein? Hyron. Richtig. Einmal wieder rein. Aber das kostet aber ganz schön hier. Für Zeit, dass du mir mal wieder Geld gibst. So, bei Lolladol hat ich eine Windströmung genutzt und da müssen sie in Gleiteln halten. Oder so ähnlich. So, wir sind jetzt in einem Gebiet. Willkommen in Heuropa. Also könnt ihr bestimmte Fertigkeiten und, äh, für Dings nicht verwenden jetzt in jedem Gebiet. Äh. So, wir haben da eine, ähm, Quest schon, die wir da einfach abgeben können. Das heißt, wir müssen uns mit Perkanto treffen. Mit, äh, Perkanto. Gut, da bist du. Okay. Hier rein. Ich bin schlägt drin. Ich wünsche dir etwas von mir. Melde mich zum Dienst. Okay. So, und dann haben wir als Kampagne in die Ruinen von Rohr und Wurzel des Verderbens. Ja. Ich denke, wir werden jetzt erstmal, ähm, Ruinen von Rohr werden wir jetzt erstmal machen. Und werden dann die neuen schwingen, werden wir dann auch dahingehend anschließen. Das ist beides im Ebbes eigentlich. Also. Einmal hier im... Da hoch. Weißt du, wo ich bin? Ja, ja, ich sehe, wo du bist. Ich bin ja auch schon auf dem Weg. Einmal mit dem Centurio Saranthus reden. Saranthus. Sprecht mit Ibelia. Sprecht mit Ibelia. Nö, wer ist denn das schon wieder? So, auch das ist wieder Fluggebiet. Das heißt, wir können wieder fliegen, hier. Na, fliegen wir jetzt auch einfach mal. Na gut. Wo fliegt man denn hin? Hier, wir fliegen zu Ibelia. Na, wo ist denn die? Hier in die Richtung? Gucken wir noch in der Herr? Okay. Ja, ja, noch bin ich hinterher. Noch. Weißt du, wie du deine... Wie komme ich denn eigentlich nach unten? Welcher Knopf hat das? So, ich lasse mich jetzt fallen. Ich öffne einfach so meine Flügel wie ganz normal, wenn man fliegt. Da hast du, weißt du, wie das geht? Ja. Okay. Einfach runter? Jetzt müssen wir hier runter, ja? Ganz nach unten. Wo bist denn du? Da hinten. Ich denke, ich muss hier runter. So, einmal mit Ibelia reden. Ruinen von Ruhr, wann schon was wünscht ihr? Was? Nein. Ein Video. Uuuh. Boing. Ich fliegen jetzt wieder nämlich nicht fliegen. Ach so, Video. Entschuldigung. Psst. Ich habe die Ruinen in einer alten Stadt auf Weißels Gipfel gesehen. Wie will sie? Wir werden sehen. Die alten Steinmauern tragen seltsame Zeit. Finde das Wandrelief auf Weißels Gipfel. Oh, weißt du Quatsch, du Pfaffelbobb. Sie davon scheinen von den Walleruhr zu handeln. Warum hast du auch endlich? Ja, ja, na klar. Also, ehrlich, ja. So, Wandrelief, so, jetzt darfst du. Jetzt sag was. Sag was. Quatsch. Mach mal den Rest an Warg tot, Alter. Ist doch schon tot. Ach, deswegen sagst du bei der Herr der Ringe immer Warg. Wargs. Bei der Herr der Ringe heißen die Dinger Warg. Mit A. Warge, okay. Warge. Keine Ahnung, was Wargs sind. Habe ich noch nie gehört, aber das sind Warge. Warge. Oh, ich habe eine E-Mail gekriegt, wie ihr das Gesicht hier gehört habt gerade. Ich habe das Ding vergessen, nämlich lautlos zu stellen. Mal wieder. Na ja, war halt so wild. Ist nur in meiner Aufnahme drin. Mach ja nicht. Genau, ich kann es ja bei mir rausschneiden. Hehehehe. Ne, ich lasse es drin, nur für dich. Der streckt dir die Zunge raus, dich. Ist das normal? Der streckt dir die Zunge raus. Oh, der hat mich gehauen. Der hat ein Schild drauf. Das heißt, erst mal den anderen. Bomben. Und schon war er weg. Was habe ich hier gesagt? Der hat ein Schild drauf. Ne, der ist doch nicht weg. Meine Güte, da war er weg. So, Achtung. Den einen bitte nicht enden, aber ein bisschen links laufen bitte. Und dann hier diese. Und links, ach, da ist links. Zu spät. Okay. Aber ich wusste ja nicht, dass du dieses links meinst. So, sprech ihn an. Ja. Na gut. Wenn der hier genau, der nimmt ihn doch mal weg hier. Nichts kann er. So, ich werde das überlieger bringen. Sprech den an, vor allem. Ja, sprech das mal an, habe ich gesagt, oder nicht? Ne, du hast gesagt, sprech den an. Euer Ziel existiert nicht. Dann halt mich. Na gut. So, weiter. So, erstmal noch die Truhe eröffnen. Ist hier eine Truhe? Wo ist hier eine Truhe? Ich hatte noch eine Truhe im Inventor gehabt. Ach so. Du nicht. Wahrscheinlich. Doch, tatsächlich. Ich bin, ich bin mindestens so gut wie du, wie ich sie hier. Ich habe sogar Ohrringe im Inventor, sehe ich gerade. Aha, aha, aha. Die sind aber scheiße. Aber gleichzeitig, die ich habe. So. Der rennt schon wieder vorne weg. Das ist nicht mehr feierlich. Ich habe sogar gute Ohrringe. Wunderbar. So, Wien von Ruhr. Ich habe nicht in der Hauche eine Ahnung. Gewiss, warum nicht? Recht mit Sarazar. Ja, das gibt das ja jetzt zu. Sprech mit Sarazar. So, das heißt, einmal wieder zurück. An den Wagen, äh, nee, Wurks vorbei. Ein Krummhorn, Alex. Ja. Der Krummhorn, Alex. So, hier kann man wieder fliegen. Das heißt, einmal wieder fliegen, wenn du es schaffst. Ja. Wenn du es schaffst. Wunderbar. Toll. Ich verarschen. So, und wohin? Nur nach oben, oder was? Einfach nach oben. Wieder in die Festung rein. Das ist halt der kürzeste Weg. Ach so. Oder beziehungsweise, nennt sich, ist ja keine, na gut, ist eine kleine Festungsanlage. Und nennt sich ja hier, Heiron Tor. Lalalalalalarm. So, dann einmal runter. Hat doch gut geklappt. Ist diesmal auch nicht abgestürzt. So, redet mir, Ibiqio. Wo sind Ibiqio? Was ich doch nicht. Die haben komische Namen. Könnt ihr den nicht mal Bernd nennen? Der ist in der Bibliothek der Weißen. Das heißt, einmal zurück nach St. Tom. Nein, Ibiqio. Warum ist ein Bernd nicht da? Kannst ja nicht sagen. Ja, was kannst du überhaupt? So, Teleporter. Einmal nach St. Tom. Kommt ihr, oder geht's? Geldhau danach nicht. Ich gehe. Oh je, das Geld ist ja wirklich ziemlich schlecht. Ja, natürlich, weil du ständig hin und her reist hier. Anstatt mal bei einer Station zu bleiben und ja mal einfach mal, ja nein. Immer mal geht's hin und immer geht's hin und immer geht's hin und eigentlich noch. Nur 200.000. Ah, 200.000. Ja, 280.000. Ist halt auch nicht mehr viel. Weil ich dir ständig hinterher muss. Ja gut, du hast schon, hast schon darin gehend recht, ein Stück weit. Ähm, aber das liegt auch daran, dass wir nur Kampagnen machen. Boah, das liegt aber hier. Würden wir jetzt auch die Questen auch mitmachen, hätten wir auch ein Stück weit mehr Geld. Aber gut, das ist jetzt. Aber im späteren Levelbereich gibt's sowieso ein bisschen mehr Geld. Na gut, so, wohin jetzt? Da dauert jetzt halt noch ein paar Level. Einmal nach oben, zur Bibliothek der Weißen. Gut, erster Stock. Damenunterwäsche. Und da läuft ein Baum. So, äh, da. Hm, ja toll. Jetzt brauchen wir noch die Zugangsquest. Ach, mit dir. Ja, hier oben, komm her. Ich, ich erscheine hier. Nene, nene. So, der hat eine Quest. Der Zugang zu, ähm, doch. Ach so, doch. Der Zugang zur, ähm, geheimen Bibliothek. Ja. So, und da werden wir jetzt, wenn du das angenommen hast, machen wir Rückkehr. Nach Eltenen. Rückkehr. Dann zu Spartacus wieder. Also, zu Spartacus. Du meinst, ich le mache es. Spartacus. Spartacus war aber auch nicht in Eltenen. Ja, aber, der letzte ist halt besser angebunden. Sagen wir es mal so. Hä? Na, wenn du mehr willst. Der Weg ist halt kürzer. Guck, wie wir jetzt hier hunderttausendmal noch durch Sanktum geeiert werden. So, jetzt einmal mit dem Teleporter. Ab nach Werthoron. Ja. Wieder Geld auszugeben. Teleportieren. Ich habe übrigens schon mal gemerkt, dass Spartacus, äh, nicht in Werthoron ist, äh, in Eltenen ist. Cool bin ich, hä? Ja, wird langsam bei dir. Oder war auch noch jemand von Reborn? Habe ich rumlaufen sehen. Hallo? Hallo? Jetzt ist er, der ist schon weg. Der hört dich nicht mehr. Na, toll. Bestimmt ist er jetzt eingeschnappt oder sie? Das war, glaube ich, eine sie. Weil du, ähm, Ops. Ja. Weil du irgendwas gemacht hast. Ich weiß nicht mehr was. So, hier war ich so lange nicht mehr. Wo warten? Da, Spartacus. Sani. Da hat man. Ich habe mich auch zuerst vor LaRuze. Grüße dich, Spartacus. Recht mit LaRuze. Was LaRuze jetzt wieder in der Geheimbibliothek? Ach du je. Also wieder zurück? Ja, also wieder zurück. Einmal wieder nach. Sankt Tom, zurück. Meine Güte, die könnten ja mal Telefone finden. Kommt bestimmt noch. Kommt bestimmt noch. Wobei, das muss man ja sagen, ähm, ist eine schöne Sache eigentlich, dass sich das Spiel, Arion, auch ein Stück weit, ähm, ans Telefon anbietet. Naja, vom technologischen Stand her auch ein Stück weit weiterentwickelt, ne? Ich meine, jetzt hat man so, jetzt natürlich jetzt hier das Ganze so, das, ja, wie soll man sagen, das halt, das Mittelalterliche oder so, na gut, das ist ja alles auf Fantasy-Basis sowieso, aufgebaut. Ähm, aber wenn man jetzt davon ausgeht, von den Grundklassen her, ähm, Magier, Jäger, ähm, Clary und so weiter, da bringt man in Verbindung halt, ja, im Mittelalter, beziehungsweise auch vielleicht noch die Zeit davor, halt auch noch. Und, ähm, gerade im Endcontent-Bereich, also ab 60 gibt's dann auch schon Kanonen und solches Zeugs, aber wo es halt auch schon mal wieder ein Stück weit mehr, ähm, ja, wo das Spiel technologisch auch ein Stück weit fortgeschritten ist, ist ja auch das beste Beispiel deine Klasse selber, halt der Garner an sich. Ja. Was ja eigentlich auch teilweise, also wie von vielen wurde auch schon kritisiert, ähm, oder einigen, dass das ja eigentlich nicht ganz so reinpasst, so ein Garner, aber ich glaube, viele Spiele haben so ein Garner halt auch eingeführt, als zusätzliche Klasse. Achso. Bumm. So, ich bin jetzt hier und werde auch gleich, bevor wir die Bibliothek hin. Hat Fiesta Online eigentlich auch so ein Garner? Ich glaube schon, oder? Äh, warte, ne, Fiesta hat halt den Jäger, äh, Augenblick, wir warten hier, machen wir mal Folgenpause. Äh, aber zuerst erklär ich mal, also Fiesta hat einen Jäger, einen Magier, einen Priester, Clary logischerweise, dann, äh, mittlerweile den Ordensritter und den Schurken. Also den Joker. Genau. Einen Garner selber, also sprich, einen Schießpulver-Fernkämpfer hat er keinen. Okay, gut. Dann, dann, Dankeschön fürs Einschauen, einschalten. Genau. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut beim nächsten Mal wieder rein, genau, bis dennne, Tschüü. Tschüü.